Mein Name ist Miriam Faude und ich bin Produktmanagerin bei der Binder GmbH in Tuttling. Die Binder GmbH ist Spezialist für die Herstellung von Simulationsschränken, für das wissenschaftliche, aber auch für das industrielle Labor. Ich möchte Ihnen heute unseren Wechselklimaschrank MKFT 240 vorstellen. Dieser Materialprüfschrank wird unter anderem in der Automobilbranche, aber auch gerne in der Elektronikbranche zum Testen eingesetzt der verschiedenen Materialien. Mit diesem Gerät können problemlos Temperaturbereiche von minus 70 bis 180 Grad Celsius realisiert werden, bei einem Feuchtebereich von 10 bis 98 Prozent relativer Feuchte. Durch seine standardmäßig hohen Wechselraten von 5 Kelvin pro Minute wird das Gerät zum absoluten Spezialisten für normgerechtes Prüfen. Unsere Kunden profitieren von einer sehr kurzen Lieferzeit. Sie profitieren von einer hohen Standardausstattung der Geräte, wie beispielsweise dem beleuchteten Sichtfenster. Und unsere Kunden profitieren von zuverlässigen und reproduzierbaren Testergebnissen.